Musik Ich habe heute ein Wort des Herrn für Dich. Ich habe ein Wort des Herrn empfangen, ganz kurz, was für Dich gilt. Das Wort heißt, Du kannst. Du kannst. Du bist in der Lage, das zu tun, was vor Dir liegt. Vielleicht eine Herausforderung, vielleicht eine Prüfung, vielleicht ein schwerer Gang. Du kannst. Mit dem Herrn bist Du in der Lage, es zu schaffen. Die Bibel sagt uns, dass seine Kraft in uns wirkt. Und dass wir durch diese Kraft in der Lage sind, Dinge zu tun, die weit, weit, weit über normale menschliche Möglichkeiten hinausgehen. Warum? Weil er in uns ist und uns kräftigt und stärkt und uns befähigt, Dinge zu tun, die wir als normale Menschen nicht tun könnten oder lieber uns verkneifen würden. In der Bibel heißt es, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit. Gott kann viel mehr tun, als wir uns überhaupt vorstellen können, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Es ist nicht die Kraft in ihm, sondern seine Kraft in uns, durch die er mehr tun kann, als wir uns vorstellen können. Du kannst. Eine andere Bibelstelle sagt, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Paulus spricht hier von Schicksalsschlägen, Schwierigkeiten, Bedrängnissen, die er auf seinem Weg einfach zu erleiden hatte. Und er sagt, ich vermag das alles. Ich kann es. Ich schaffe es. Ich werde da mit dem Herrn hindurchgehen. Oder eine andere Stelle. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Paulus hatte das wirklich verstanden. Wenn ich nicht mehr kann, wenn ich an meine Grenzen komme, der Herr in mir, der kann. Das möchte ich dir zusprechen. Mit des Herrn Hilfe. Du kannst. Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!